Was wollt ihr? Wir wollen keine Hippie-Ideologie, keine Rocker-Schläger, mein E, kein Ist-Nur-Be-Hopse und kein Popper-Tum, keine Ehre, keinen Ruhm, keine Gesellschaft, wo Geld nur zählt, keine Regierung, vom Kapital nur geweben, wovon Idioten Gesetze beschließen und Bullen auf Verkehrsünterschießen. Was wollt ihr? 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 Wir wollen keine Hippie-Ideologie, keine Rocker-Schläger, mein E, kein Disco-Be-Hopse und kein Popper-Tum, keine Ehre, keinen Ruhm, keine verstaubten Traditionen, keinen Betonkrebs zum Wohnen, keine rassistischen Grenzenlegen und hinter deutsches Volk zu pflegen. Wir wollen kein Häuschen mit Garten und mit 65 auf das Ende zu warten. Was wollt ihr? 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 Vielen Dank.